Die Halloween-Parade, Bro. Einmal im Jahr dazugehören. Cool! Komm runter! Welchen Teil von Bleib hier unten hast du nicht verstanden? So was hab ich noch nie zuvor gesehen. Jungs, ich schätze, ich weiß, was hier abgeht. Sensei Shredder. Damit erschaffen wir eine Armee. Die Show kann losgehen! Du bist ein Nashorn! Und du ein... Ein kleines Schweinchen. Wow, wow. Hey, Freunde! Wie heißt du? Casey Jones. Hi. Läuft da irgendwas zwischen euch, oder? Wenn das violette Zeug Menschen in Tiere verwandeln kann... Jetzt geht's rin, Baby! ...verwandelt es uns vielleicht... ...auch in Menschen. Dann sitzen wir hier unten nicht für immer fest. Das wär doch die Chance, zu Menschen zu werden. Wir sind Turtles. Ob's dir gefällt oder nicht. Bewaffnet euch! Das funktioniert nicht. Wir kommen nicht weiter. No! No! Sleep! Don't Brooklyn! Bleibt als Team vereint. Dann werdet ihr immer erfolgreich sein. Okay! Heizen wir ihn ein. Schneller, schneller, schneller! Sleep! Ich weiß ja nicht, ob das ein guter Plan ist. Hast du etwa Angst, oder was? Das ist voll der Hammer! Jetzt komm ich! Ja! Ist da nicht ein kleines bisschen zu schnell? Das lief doch ganz gut! I'll sleep to Brooklyn! Captain, die Menschen haben Angst. Darum bin ich hier. Das muss nicht im Kampf enden, Tony. Du hast einen Krieg begonnen. Gib auf. Letzte Warnung. Kann den ganzen Tag so weitergehen. Und das machen wir da. Gott dipped in den K faithfulness hinterher. Bis zum nächsten Mal.